Wenn du die 5 Dinge, die ich in diesem Video beschreiben werde, tust, fällst du garantiert durch dein Abitur durch. Willkommen zurück Abitur-Läden, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur. Und die eine Sache, die ich nicht möchte, ist, dass irgendjemand von euch durch das Abitur durchfällt, danach entweder kein Abi hat oder das Ganze wiederholen muss. Ich meine, ich freue mich natürlich darauf, wenn ich euch nächstes Jahr wieder begleiten darf, aber ganz ehrlich, ich persönlich habe da keine Lust drauf. Und deswegen gebe ich euch heute 5 Tipps. Und die sind nicht Tipps, die du tun sollst, sondern wenn du diese tust, dann wirst du garantiert durchfallen. Also bitte zuhören, das Ganze nicht machen und dann bist du wirklich auch auf der sicheren Seite. Erstens, riesig Panik schieben. Ich weiß, dass bei ganz vielen von euch am Abitur absoluter Traumwunsch, ob das Medizin, Psychologie oder was auch immer ist, ich weiß. Und ich weiß, dass ihr euch deswegen Druck macht und ich weiß, dass ihr sagt, aber es ist doch so wichtig so. Ja, es ist so wichtig. Aber wenn du dir eine riesen Panik machst, dann wirst du dir selbst mehr im Weg stehen, als es gesund ist. Das heißt, ja, du sollst es ernst nehmen und das ist gut. Und es ist gut, dass du auch das Maximum rausschauen wirst und weiter. Aber bitte, schieb nicht diese riesige Panik. Es ist okay, wenn du aufgeregt bist. Ich war auch nervös. Das ist vollkommen menschlich. Aber lass es nicht größer werden, als es dir hilfreich ist. Ja, weil ansonsten wirst du dich einfach nur blockieren, einen Blackout bekommen. Und das ist einfach so eklig und unnötig. Und es tut mir im Herzen so weh, wenn ich merke, dass Leute, manche von euch fangen schon in den Winter in den Weihnachtsferien an. Also, wenn du nicht aus Rheinland-Pfalz kommst, wo du im Januar schon die Prüfung machst, ja, Junge, Junge, und dann nur, weil du vor der Prüfung dir zu viel Panik geschoben hast und dann so einen Blackout hast, dass du nichts mehr hinschreiben kannst, alles, nee, da habe ich keinen Bock drauf, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen bitte, 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 wenn du da, wie meinst du das, wirklich Prüfungsangst, dann komm zu uns direkt ins Traumabitur-Coaching, weil da brauchst du einfach einen Coach, der persönlich da mit dir in die Tiefe geht. Ansonsten schau dir bitte unbedingt hier rechts oben unser Video zur Prüfungsangst an. Das kann auch schon, wow, jetzt hört ihr mich schon fast nicht mehr, das kann auch schon super viel helfen, aber wenn es ernst ist, bitte direkt ins Traumabitur-Coaching. Ansonsten das Video unbedingt anschauen, weil das müssen wir unbedingt verhindern. Und für alle anderen, bleibt einfach gelassen, okay? Nehmt das ernst, nicht zu easy, aber übertreibt es nicht, übertreibt es einfach alles. Denn das ist dann auch schon genau die zweite Komponente, und zwar zweitens auf die leichte Schulter nehmen. Weil das ist dann genau der gegenteilige Fall, ja. Es gibt auf der einen Seite immer diejenigen, die vom Abitur so krass Schiss haben, dass sie schon drei Monate im Vorhinein nicht mehr schlafen können. Und auf der anderen Seite gibt es die, die drei Stunden vom Abitur der Meinung sind, naja, also wenn ich jetzt noch anfange, dann habe ich eigentlich früher angefangen, als ich das von mir selbst erwartet hätte. Und Leute, ihr werdet damit auf die Schnauze fallen. Ihr werdet damit auf die Schnauze fallen. Ich war auch jemand, der gerne kurz vor knapp gelernt hat. Ich habe auch, keine Ahnung, für manche Fächer nur zwei Tage gelernt. Das funktioniert schon, das funktioniert schon. Aber mach nicht richtig kranke Harakiri-Aktionen. Und gerade wenn du nicht grundsätzlich der beste Schüler bist, dann setz dich wirklich auf deinen Hosenboden fürs Abitur. Weil du musst nicht das beste Abitur machen, wenn du nur bestehen willst, vollkommen okay. Aber du wirst auch nicht einfach nur bestehen, wenn du nichts dafür machst und davor nicht eigentlich schon ziemlich gut warst. Deswegen bitte nimm es ernst. Super cool, wenn du gechillt bist. Aber mach es nicht zu gechillt, weil sonst ärgerst du dich hinterher nur. Drittens, nicht mit Stress umgehen können. Auch da, wie gesagt, wenn du merkst, du machst dir diesen super krassen Stress, unbedingt in unser Traumabitur-Coaching kommen. Und ansonsten einfach sich auch an diesen Druck gewöhnen. Ja klar, klar sind es die wichtigsten Prüfungen, die du in deinem Leben wahrscheinlich je geschrieben hast. Ihr merkt schon, ich mach gerade so viele Videos für euch. Das Stimme ist am Arsch. Aber wisst ihr, was ich meine? Macht euch einfach nicht so einen großen Riss. Ich weiß, das ist leicht gesagt. Deswegen sage ich ja, wenn es ernst ist, kommt es Traumabitur-Coaching. Aber es bringt euch nichts. Wisst ihr, es bringt euch nichts. Wenn der Stress euch hilft, die Dinge zu lernen, gut. Aber alles, was darüber hinausgeht, nee. Versucht deswegen auch unbedingt mit dem Druck umgehen zu können. Weil ich meine, klar, wie gesagt, es sind die schwierigsten Klausionen, die ihr habt. Aber gewöhnt euch da dran auch. Sagt im Vorhinein schon, okay, es ist jetzt einfach Abiturphase, da muss ich jetzt einfach am Start sein, da muss ich jetzt einfach Gas geben. Und da weiß ich, dass es um viel geht. Aber dadurch, dass du es im Vorhinein schon weißt, wird es dann wesentlich einfacher, würde ich sein, dann in der Abiturphase oder auch unmittelbar vor der Prüfung mit dem Stress umzugehen. Und das ist super entscheidend. Drittens, zu viel lernen. Und ja, das geht. Weil ich habe einfach gemerkt, super viele von euch lernen so unendlich viel, dass sich in lauter Details verlieren. Alles versuchen, panisch ausmählich zu lernen. Anstatt irgendwas mal sinnvoll zu verstehen, wodurch sich alles andere total ergeben wird. Das heißt immer, ich glaube, ich sage es am besten einfach ab jetzt in jedem Video. Verstehen ist tausendmal wichtiger als merken. Verstehen ist tausendmal wichtiger als merken. Verstehen ist tausendmal wichtiger als merken. Deswegen bitte, 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 bitte. Wenn du sagst, du lernst seit 4 Monaten, all the time, dann lernst du wahrscheinlich zu viel. Versuch dich mal wirklich wieder darauf zu fokussieren, was ist in meinen Fächern das Wichtigste. Und dann lern explizit das. Versuch es ernsthaft zu verstehen. Und dann kannst du hinterher die Details immer noch anfügen. Fünftens, nicht die Anforderungen kennen. Leute, ich weiß nicht, ob ich das noch sagen soll, aber du wirst in der Oberstufe und speziell im Abitur nicht danach bewertet, wie viel du weißt, sondern nur zu welchem Grad du die Aufgaben erfüllst. Und das ist die entscheidende Sache. Du musst unbedingt verstehen, was wollen die von dir im Abitur. Lest dir die offiziellen Kriterien durch, frag deinen Lehrer, schau dir die alten Abitur an, frag alte Leute, Leute, die die alten Abitur selbst geschrieben haben. Frag, 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 frag. Du musst verstehen, worum es geht. Es geht nicht darum, wie viel du weißt. Es geht nur darum, wie sehr du die Aufgaben beantworten kannst. Und du kannst 100.000 Dinge wissen, wenn die im Abitur nicht gefragt werden, bringt dir das null. Auf der anderen Seite kannst du wenige Dinge wissen, wenn es genau die Dinge sind, die abgefragt werden, dann passt das perfekt, okay? Also unbedingt Anforderungen kennen und das für jedes einzelne Fach individuell. Sonst wirst du wieder entweder Dinge zu viel lernen oder einfach manche Dinge nicht dabei haben, die aber super wichtig waren. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Was ansonsten auch wichtig ist, ist, dass du dir ganz ernsthaft überlegst, ob du in unser Traumabitur-Coaching kommen möchtest. Wie gesagt, jeder, der in der 9., 8. oder jünger ist, für euch nicht, weil wir fokussieren uns nur auf Oberstufenschülern und auch unter den Oberstufenschülern, auch da bitte nicht jeder, sondern nur diejenigen, die sagen, okay, ich bin aktuell unzufrieden, ja, ich will wirklich ernsthaft was verbessern und das Abitur muss dir wirklich wichtig sein und dein Problem muss irgendwie in dir liegen, ja? Es muss also irgendwie darum gehen, dass du dich nicht motivieren kannst, dass die Lernstrategie nicht passt, Teilmenschen im Moment nicht passt, deine Ausdauer nicht passt, du einfach Prüfungsangst hast oder du nicht weißt, wie die Prüfung bearbeiten sollst oder du nicht weißt, wie du mit den Lehrern umgehen sollst. Wenn einer von diesen 7 Sachen zutrifft, dann Traumabitur-Coaching perfekt, ansonsten lieber nicht. Wenn es für dich zutrifft, unter diesem Video allererster Link, Uhrzeit ausmelden, wann du angerufen werden möchtest, dann telefonieren wir mal und schauen, ob ich dann dein persönlicher Coach werde, dir genau mit diesen Problemen helfe und dich so zu einem stressfreien Traumabitur bringe. Darüber würde ich mich freuen, also einfach eintragen und ansonsten denkt dran, ich glaub an dich. Wir bald hören uns im nächsten Video. Dein Leo.